hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ich teste heute die vlog vlog vlogs professor brusch ausgesprochen von ars und zwar ist das aus spanien wieder eine neuheit dieses jahr nm beträgt 7,25 gramm ist das ein zugelassen die fontäne 7,5 gramm ist das maximalste und das sieht so ein bisschen aus wie eine schmetterlingsfontäne von früher allerdings ein bisschen größer würde ich es einschätzen und da zünden muss sie einfach mal mal sehen was sie drauf hat ein bisschen deckel abreißen der behindert sonst alles so und los geht's aber sehr kurze brenntauer wie ich finde aber trotzdem eine schöne fontäne allerdings ist wirklich die brenntauer sehr wickerig ich glaube preislich liegt sie ungefähr bei einem euro was ich ein bisschen teurer finde dennoch muss ich sagen schöner effekt war es aber es ist preislich schon an der grenze und damit hoffe ich das video hat euch gefallen macht's gut bis zum nächsten mal tschüss